Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, Teil 5 von Call of the Cthulhu, wenn ich es überhaupt so richtig ausspreche. Und ja, wir sind hier in einem Nebenlagerhaus, Nebenlagerhaus, zur anderen Tür können wir nicht. Und wir hatten ja jetzt im letzten Teil hier die Winde eigentlich angeschlossen, um die Winde auch, äh, die Kurbel angeschlossen, um die Winde zu betätigen. Hatten sie aber nicht hingekriegt mit dem letzten Teil. Und dann haben wir erstmal mit diesen zwei Wachen geredet und hoffen, ja, dass wir jetzt drehen können. Schauen wir mal. Nö. Ich will drehen. Bin ich es vielleicht zu schwach dafür? Was ist hier los? Fehlt mir Stärke vielleicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Geh entfernen geht wohl nicht. Zurück setzen geht auch nichts. Unteres Menü? Achso. Nee, da kann ich nichts machen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen soll. Hm. Fehlt mir denn noch etwas? So, dass mir, weil mir da das Fragezeichen angezeigt hat. Was ist das denn? Mit diesem Teil können schwere Lastengefahrle ausgehoben und geheilt werden. Ach ja. Eine Sperrklinke. Ein Ratchet-Device. Genau, was ich brauche. Okay, dann haben wir doch nur einfach was übersehen. Woher sollte ich wissen, dass ich auch sowas noch brauche? Aha. Okay, wie es aussieht, fehlt aber immer noch etwas. Okay, wir müssen mal unten wohl noch weiter gucken. Was fehlt denn jetzt noch? Woher soll ich wissen, was man alles für so ein Gewinde braucht? Ach ja, guck an. Ein Zahnrad. Ein Teil des Mechanismus. Es sollte möglich sein, dass dieses Kogwiel auf der Winch aufzuhalten. Ah, jetzt ist da unten ein Haken. Okay. Schön, dass mir mal jemand sagt, was dieses Fragezeichen unten links gebedeutet hat. Jetzt weiß ich es. Aha, Kuppeldrehen. Geht doch. Halten, um Stärke zu testen. Sieht so, dass alles in seinem Platz ist. Alles, was ich tun muss, ist, dass ich dieses Kogwiel aufzuhalten muss. Na denn. Schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Ich weiß es selber nicht. Voll die grüne Suppe da unten. Bringt nichts. Hör auf zu husten, das ist zu laut im Kopf. Bitte was? Was ist das hier? Hör auf zu husten, das kommt aus dem Öl. Ich hoffe, es ist nicht toxisch. Okay. Da komme ich her. Ja. Oh, hier ist zu. Okay. Gut, geht nur hier lang. Ach, jetzt macht er von selbst das Feuer an. Alles klar. Ich wappne mich schon von irgendwelchen Jumpscares, aber das kann man sowieso nicht. Und auf Kopfhörern ist es ja nur noch schlimmer. Ich bin echt mal gespannt. Also ich spanne mich gerade immer mehr an. Okay. Was ist das jetzt? Die versunkene Stadt. Bei der Untersuchung des Lagerhauses der Hawkins betrat Piers einen teils überflugenden Tunnel unter dem Hafen. Dort griff etwas nach seinen Armen und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Nach Luft ringend erhaschte der Detektiv einen flüchtigen Blick auf menschliche und tierische Leichen. So wie eine Stadt unter Wasser. Piers kämpfte sich zurück an die Oberfläche und erkannte, dass sich keine Tentakel... sondern nur Seegras um seinen Arm geschlungen hatte. Die Klarheit und Brutalität der Vision verstört ihn dennoch. Aber noch bin ich stabil, wie es aussieht. Ducken geht nicht. Schneller laufen geht aber auch nicht. Okay. Okkultismus, das ist primitiv. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Machen wir mal das Licht aus, dass wir nicht vielleicht nicht ganz so doll auffallen. Aufs Dach kann ich auch nicht, also soll ich wohl hier hin? Okay, was haben wir hier denn jetzt neu? Piers, Fähigkeiten. Oh, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist wohl neu. Okkultismus, noch auf Laie. Das hier ist auf Anfänger. Entdeckung schon auf Profi, immerhin. Ich weiß ganz ehrlich nicht, auf was ich hier bauen soll. Ach so. Die Fähigkeiten Medizinkunde und Okkultismus können nur durch Entdeckung von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Ach so, ich dachte ich kann die Dinge also erlernen. Okkultismus, dann machen wir weiter Entdeckung hier. Speichern hier. So, mein kleines Fall sagt man natürlich optimal Licht. Ich schaue mir hier natürlich auch mal wieder ein bisschen um. Wir haben ja jetzt zwar kein Fragezeichen unten links, das heißt wir müssen anscheinend nichts finden oder sowas. Ein Schuh. Ach so, springen. Was ist jetzt los? Warum habe ich jetzt so einen weißen Reif? Okkultismus, hier hat sich irgendwer zur Rekonstruktion an der Szene halten. Was ist hier passiert? Also dieser weiße Reif hier um mich herum heißt also Psychologie. Man kann jetzt etwas... Was ist das Bild von Charles und Sarah Hawkins hier tun? Okkultismus. Ist das eine von Sarah Hawkins' Schildern? Wieso beenden? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Ich kann nicht schlafen. Ich weiß, wie das fühlt. Es riecht so schlecht, wie es sieht. Aber zum Glück stehe ich da nicht selber drin. Wer hat genug Geld, um Schäden zu kaufen, aber bleibt in einem Ort wie dieser. Einen Charakterpunkt erhalten. Hat sich jetzt was verbessert? Nö, ne? Ne. Komische Sache. Wir können ja Psychologie auf Stufe 3 machen. Das haben wir schon auf 3, 3, 3. Das hier haben wir auf 2. Aber ich glaube, Psychologie scheint wohl auch ganz wichtig zu sein. Machen wir mal so. Sag mal hier. Was ist das? Lagerhaus von Hawkins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hawkins offiziell leer steht, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohner gehaust. Es gibt gewisse Anzeichen dafür. Doch blutbefleckte Verbände, wahrscheinlich von einer Fletze und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hawkins besessen zu sein, wie mehrere Dokumente belegen, die mit dem Leben der Künstler in Verbindung stehen. Foto, Zeitungsausschnitte. Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hawkins, womit zweifelsfrei fest steht, der hinter des Lagerhauses mit dem Fall Hawkins verknüpft. Bin ich Officer Bradley? Hat das denn jetzt gespeichert? Tatsächlich. Ein Fischkopf. Ah, das Bild hat schon was, ja? So ein bisschen. Okay, was haben wir denn hier? Someone has settled in here. And whoever it is, has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Soll ich den bedrohen, oder soll ich lieber mit dem zusammenarbeiten? Ich glaube, zusammenarbeiten wäre besser, oder? Ich sollte mir keine Feinde machen auf der Hinsicht. Ich bin ganz allein. Wir machen mal, wir sollten zusammenarbeiten. Hm. Hm. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins Mansion when we came to investigate the fire. So you confirmed that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? Gah. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Now open your eyes, dammit. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on. Keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you. At the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins Mansion. Come on. We got some driving to do. Die Musik war ein bisschen übertrieben, wie wir da geguckt haben. Aber gut, okay. Kapitel 3. Garten des Hawkins Anwesens. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei der Ermittlung zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Hat unsere Psychologie also doch ausgereicht dafür? Okay. Wir haben noch eineinhalb Minuten Wahnsinn betreten. Wir haben noch eineinhalb Minuten. Ich bin froh. ich sehe aus wie so einer von den zehn männern so well here we are Hawkins mansion the place is been abandoned since the fire there's only old Winchester in his hart Winchester als Kind, wie das das Gewehr im Wilden Westen ich dachte, die Villa ist in Flammen aufgegangen Entdeckung Profi die Villa könnte jeden Augenblick einstürzen sie kennen sich hier ziemlich gut aus wir haben keine Zeit zu verlieren, es gibt etwas worauf ich achten ich habe schon von Winchester gehört ich sehe keine Scorch-Tree oder Feuer-Damage auf dem Gebäude Sie sind ziemlich observant, nicht wahr? Die Feuer wurde schnell verabschiedet Old Silas hat er schnell wie er konnte nicht schnell genug, um die Hawkins zu retten Sie sind in der Büchung und nicht mehr zu verabschieden Silas Giltom hat ihn genug, wie es ist werden wir schauen, oder haben Sie noch weitere Fragen? Natürlich, ich will noch weiter fragen. Ja, nichts anderes? Mhm. Du wirst mir nicht glauben, dass es noch besser war, drei Monate vorhin. Es ist ein sehr altes Gebäude, du weißt? Seine Basis wahrscheinlich von den ersten Settlers zu sein. Huh. Es ist wirklich so alt. Komm schon, lass uns die Geschichte des Todes. Es hat nichts zu tun, mit deinem Fall. Lass uns da hin. Nichts, wenn du noch Fragen hast. Ihr Partner Andrews warned mich gegen ihn. Wenn du das geschafft hast, das Bum? Ich werde dich fragen. Er spricht zu viel. Er hat gesagt, dass old Silas ein wenig unhinged ist. Das ist nicht weit weg, ich glaube. Aber es ist nicht fair, gleichzeitig. Sie wissen, Silas Winchester hat gearbeitet für die Hawkins-Familie, so weit wie ich erinnere mich. Charles war wie sein Vater zu ihm. Der Tag der Feuer, er hat seine ganze Familie verloren. Also hat er nicht woanders zu gehen. Und, wie Sie sehen können, in einer Weise, er ist immer noch über sie. Was für mich noch oder du willst, du willst da gehen? Oder du willst da gehen? Die Nacht fällt schnell hier. Und ich will da können, wenn wir hier kommen. Ich gehe mit dir. Wenn du nur hier für Sie. Wenn du das sicher mit Silas hast. Warum nicht? Du kannst dir helfen. Ruhig. Let's go. Ich glaube, wir haben dann viel mehr mit uns verstanden zu tun, am Suchen von Gegenständen und sowas. Mal gucken, wie sich das auf jeden Fall, wie gesagt, entwickelt. Bin echt mal gespannt. Garten des Hawkins anwesend. Officer Bradley fuhr uns an den Klippen von Darkwater entlang zur Villa der Hawkins. Das riesige Haus ist am Hang eines Steingipfels gelegen und bietet einen guten Blick hinab auf den Leuchtturm. Der Ort scheint schon längere Zeit verlassen zu sein, Bradley erwähnte einen alten Verwalter, der noch immer hier lebt. Er sollte uns wohl kaum davon abhalten, in der Villa zu gelangen. Polizist, Alter 37. Officer Bradley. Dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hawkins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm, vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen. Und deswegen habe ich da jetzt zugestimmt, dass er mit uns kommt. Die Villa der Hawkins. Gärten. Steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Verwalter, Silas Winchester, treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen, erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner frühen Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Okay, und so düster er auch eventuell ist, das erfahren wir im nächsten Teil. Wir sind bei über 20 Minuten auf jeden Fall. Und ja, ging jetzt irgendwie doch schnell die Zeit um. Aber gut, so ist es nun mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lass einen Daumen oben da, wenn ihr neu bei mir seid, auch ein Abo. Und wie gesagt, es wird bestimmt noch interessanter zu spielen und spannender. Jetzt am Anfang ist leider noch viel Story, um erstmal zu erfahren, was ist passiert. Und ich denke mal, irgendwann später rennen wir unser Überleben. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Mit Kopfhörern. Okay, auf jeden Fall. Viel Spaß noch und wie gesagt, Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Oder bei einem anderen Let's Play, wie auch immer. Auf jeden Fall, viel Spaß mit Call of the Cthulhu auf meiner Seite und mit anderen Let's Plays. Bis dann. Tschüss.